Ich hab sie im Bett gefunden! Herrbert, wo hast du die Kippen her? Hab sie gefunden! Und was ist da drin? Wo? In deinem Rucksack! Weiß nicht! Mach was zum Essen, ich hab Hunger! Sag mal, willst du mich verarschen? Seid mal drauf, du Daniel! Oh, was ist das? Oh, Tannenbaum!